Sonnenscheinster Stoß, wir haben es live gebaut! Schön vor der Polizei! Das wird ein gutes Video! Endlich habe ich mal einen Biker-Check, mit dem ich rumfahren kann. Dann auf geht's! Fahren wir gleich hier rauf? Ja, ja, ja. Das jetzt soll ich vorfahren, oder? Nein, aber da kommen ja gerade Autos. Testen? Kann ich machen. Wir können auch nebeneinander fahren. Wir können auch Händchen halten. Konnichiwa! Thunder Black ist back! Was geht? Sind wir wieder auf den Streets unterwegs? Ja, Leute! Ich war erfolgreich! Das ist meine neue Freundin. Wir sind ja zusammen, wir werden heiraten und Kinder kriegen. Davon weiß sie zwar noch nicht. Und wir fahren jetzt ein bisschen rum und machen einfach mal ein paar Fotos. Wir werden jetzt mal zum Fernsehturm fahren. Fotos kann man nie genug haben! Ja, ganz schön viele Polizisten hier am Start! Ja, ganz schön! Ja, ganz schön! Ja, ganz schön! Ja, ganz schön! Ich dachte wir müssen links! Oder rechts? Ich hab keine Ahnung! Na dann rechts! Ja, ganz schön! Hi! Hi! Wie geht's dir? Bist du öfter hier unterwegs? Bist du öfter hier unterwegs? Ja, eigentlich nicht! Nee? Nee! Habe ich ja richtig Glück gehabt, oder? Ja! Ich hätte richtig Glück gehabt, oder? Ja! 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 Das ist das erste Mal und du bist dabei. Ist alles ok? Ja. Perfekt. Ist aber nichts passiert, oder? Nein, gar nicht. Ich habe dir etwas gehalten. Wenn nicht, dann schiebe erstmal. Ich wollte etwas sagen, dass es auf geht. Boah, da ist ja gar kein Platz hier. Hä? Gar kein Platz hier. Ist doch. Das erste Mal gekippt, danke. Ja, bei mir brauchst du dich nicht bedanken. Aber dir ist nichts passiert, oder? Nein. Aber mein Motorrad ist nicht. Verleih, soll ich dich anschieben? Geht doch. Baby. Wie? Wie? Ja, meine Stiefmesser sind zu sagen, einer ist immer das erste Mal. Oh je. Die Arme sehen immer aus. Aber es ist nichts passiert, Leute. Also alles gut. Fahrradfahrer war halt da, hatte Vorfahrt gehabt. Das Auto hat halt zu stark gebremst und dann ist sie halt, sie ist auch nicht hinten drauf gefahren. So eine 400er Maschine ist ganz schön leicht hochzuheben. Ich habe gerade gesagt, so eine 400er ist leicht hochzuheben. Mit meiner hätte ich Probleme alleine. Aber ich bin ja auch ein starker Mann. aus der X-Wur-Klasse. Ich bin ja auch ein Claro gemensammter. Ich bin ja auch ein starker Mann. Aber es ist müde, dass meine Autorinnen und Leise nicht so high. Wie fällt ein Möchtiges durch? Ich kenne mich bitte ein weiterer. Ich war die Chirche, aber ich bin ja fucking cool. Ich war das. Ich war die Chirche. Okay. Ich habe gesagt, wir können ja nächstes Mal, wenn nicht du wäre, spielen. Achso, wenn nicht du wäre, würde ich jetzt... Da reinspringen. Was? Sicher nicht. Also ins Wasser springen, ja, aber nicht hier rein. Aber dir ist klar, dass das auf YouTube kommt, ne? Was? Hast du es aufgenommen? Klar. Alter! Sonnenschein, erster Stoß, wir haben es live drauf. Echt? Vor allen Dingen schön vor der Polizei, ey. Es ist ja auch nur so gut, dass du hier nicht noch reingefahren bist. Ja, ich wollte gerade sagen, gut, dass du hier nicht noch reingefahren bist. Ja, wäre sonst zu langweilig gewesen, Leute. Hey, jetzt weiß ich meinen nächsten Titel für YouTube. Ich dachte schon, ich kriege heute gar kein Video mehr hin. Ja, siehst du, Improvisation. Perfekt. Kommt einmal, läuft. Ja. Auch so dieses Flirten und diese Spannung zwischen uns, das habe ich auch. Hast du auch alles mit drauf? Ja, Mann. Oh, das wird ein gutes Video. Deswegen fahre ich ja auch immer hinter dir. Ja, ist die Aussicht schöner. Jetzt macht alles einen Sinn. Jo, ich hab dann alles, was ich brauche. Ja, kannst nach Hause. Okay. Reicht. Wolltest du noch näher zum Fernsehturm? Ähm, mir ist egal. Da noch Bilder? Ja. Oh, aber nicht wieder umfallen. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da, dass wir ein Träumchen abonnieren. Nicht vergessen, ich würde mich sehr freuen. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr mal gerne sehen würdet wollen. Lull. Und bis demnächst. Haut rein. Prost! 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 Schöner Fotos machen hier.